Ja, herzlich willkommen bei Literatur fürs Studium in der vierten Folge. Ich würde Ihnen sehr gerne heute einen Text vorstellen, den Sie zwingend in Ihrem heimischen Bücherregal haben sollten. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann holen Sie das vielleicht für das nächste Jahr nach. Keine Sorge, es wird auch nicht sehr teuer. Empfehlen möchte ich Ihnen nämlich die Bibel. Warum möchte ich das gern? Tatsächlich ist es so, dass Sie für das Studium der Literatur und Sprache einen der zentralen Texte des christlich-jüdischen Abendlandes, wenn nicht den zentralen Text, im heimischen Bücherregal stehen haben sollten. Dann ist es tatsächlich so, dass Sie einen Großteil der Motive, der Inhalte und vor allen Dingen auch der Argumentationsmuster und Bilder, die in literarischen Texten seit dem Althochdeutschen verarbeitet werden, sehr viel besser aufschließen können, wenn Sie tatsächlich über profunde Kenntnisse des Alten und Neuen Testaments verfügen. Das soll jetzt bitte nicht heißen, dass Sie die Bibel von vorn bis hinten durcharbeiten. Ich glaube, das ist nicht wirklich zielführend. Aber zentrale Geschichten und Texte aus dem Alten und Neuen Testament sollten Sie für Ihr Studium kennen. Für das frühe Neuhochdeutsche wird die Bibel mit der Luther-Übersetzung tatsächlich zu dem Text, der dem Mitteldeutschen, also dem Ostmitteldeutschen zum Durchbruch verhilft. Und für die Texte bis 1789 gilt, dass Sie einen Großteil der Texte wirklich nur verstehen können, wenn Sie ein biblisches Wissen im Hintergrund haben. Und das gilt auch für viele Texte, die nach 1789 in der sogenannten säkularen Moderne publiziert worden sind und zu Schlüsseltexten unserer Moderne gehören. Für die Weihnachtszeit sei Ihnen gesagt, dass Sie die Weihnachtsgeschichte finden bei Matthäus 1 und Lukas 2 und sowie die Vorausdeutungen bei Jesaja, die auch für zentrale Weihnachtslieder eine große Rolle spielen, wobei eines der schönsten Weihnachtslieder, Lieder, es ist ein Großentsprung, nur mittelbar auf Jesus Christus vorverweist. Welche Übersetzung Sie benutzen, das sei Ihnen vollkommen überlassen. Ich würde Ihnen für das sprachwissenschaftliche Studium die Luther-Übersetzung von 2017 empfehlen, die revidierte Luther-Übersetzung, die wieder sehr viel näher an der ursprünglichen Luther-Übersetzung steht. Sie können aber natürlich auch gern auf die Einheitsübersetzung setzen für die Arbeit mit entsprechenden Inhalten. Jetzt bleibt mir nichts, als Ihnen ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen, in der Hoffnung, dass wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit vielleicht auch hier im Kanal wiedersehen. Klammer auf, eine ISBN-Nummer erspare ich mir. In diesem Sinne ein frohes Fest und hoffentlich auf bald.